Ich mag auch, wenn man das nicht denkt, komödiantische Rollen sehr. Ich finde, ich liebe den Klamauk. Ich hätte auch gerne Nackte Kanone gern gemacht. Das darf man wahrscheinlich nicht offen zugeben, aber ich finde Nackte Kanone in jedem Teil super. Wir haben auf unserem Ausweis unser Infektionsalter stehen. Wir spielen ja nicht Räuber an Chandra. Du hast niemanden geschockt, du hast Kikeriki gemacht. Wir nennen das Hinweis aus der Bevölkerung. Du bist Eier. Also bitte bleib bei den Hühnchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017